Musik Hey ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Diesmal wird es echt witzig. Ich werde eine Nacht im Mini-Stall verbringen, obwohl ich eine Heustauballergie habe. Ich habe sie gezwungen, das zu machen. Es war Hellas Idee. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Aber richtig gut, dann müssen wir gar nicht auf dem Gästebett schlafen, sondern können in Julias Bett schlafen. Ja, wir werden einfach in deinem Bett schlafen, schön unten auf der gemütlichen Matratze und du schlägst hier raus. Wir haben schon richtig viel dabei hier. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir schlafen und müssen erst mit dem Heu herrichten. Wir? Julia? Ja, okay, okay. Vielleicht kann ich Welle noch überzeugen. Nein. Schauen wir mal, was das wird. Ich habe schon eine Nacht bei Gott um in der Box geschlafen. Das reicht mir. Also ich werde hier nicht noch eine Nacht schlafen. Oh je. Schauen wir mal, meine Nase juckt jetzt schon, wenn ich das Heu nur rieche. Also jetzt schauen wir mal, was das wird. Sind wir sicher, dass du dich da hinlegen möchtest? Ja. Heu ist schön bequem. Das wird schon, wenn schon die Haartodröhnung. Wir werden sehen, wie das so funktioniert. Ich glaube, du wirst noch umziehen, ehrlich gesagt. Glaubst du, ich werde umziehen? Hey, ich würde sagen, du schließt hier einfach dran. Ja, bei den Babys. Einfach bei den Babys. Oh, hallo. Ihr seid so süß, ihr kleine Süßis. Aber die ziehen ja heute Nacht wieder zu ihren Muttis. Ach. Jetzt testen wir mal, wie lange das jetzt geht. Aber stopp mal, wir müssen ja hier ein Bett aufbauen. Dann würde ich ja auf dem Heu schlafen. Das ist ja schön weich. Sie ist so gestört. Sie hat eine Heustauffallergie und will auf dem Heu schlafen. Natürlich. Das ist doch gerade gemütlich. Excuse me. Wir haben 2022. Da macht man doch nicht so was. Ich lasse aus. Schauen wir mal, wie lange werde ich es überleben. Nachher muss dir das Experiment abbrechen. Ich bin noch nicht überzeugt von deinem Plan, aber gut. Schauen wir mal. Ich finde das schaut super aus. Wenn du dich da dann einfach so drauflegst. Mach das doch erstmal eben, oder? Sie hat so ein mini kleines Handschuhrichter aus. Ich dachte, das ist ein großes. Okay, dann erstmal die Decke. Ja, dann halt dich mal fest. Wollt ihr das nicht erstmal eben machen darunter? Ja, aber vielleicht ist das so richtig cool. So, weißt du, jetzt haben wir ein Fetzel für abends erstmal. Ja. So, weißt du, so. Warte, das ist hier für die Füße. Das ist cool. Schau mal so. Ich hole, glaube ich, noch was. Schau mal so. Schau mal so. Richtig entspannend. So. Oh Gott. Ich habe sie eigentlich gesagt. Es ist wie so ein Filmeabend. Jetzt kommt dann noch der Lampter. So cool. Ich habe mir einen Einschreiber. Oh Gott, meine Lase juckt jetzt schon. Echt jetzt? Noch eine Sekunde, wo du jährlich. Na ja, bis jetzt haben wir auf jeden Fall noch Hoffnung. Steht hier. Hoffnung. Nein, Spaß. Okay. Wie schlecht. Ja, hast du eine bessere Idee, wie wir das hinlegen? Aber ich finde es eigentlich so ganz gut, oder? Du musst hier schlafen. Du musst hier schlafen. Ach, Hela, jetzt kommt noch. Ich schlafe hier nicht. Okay. Okay. Ja, jetzt würde ich sagen. Findest du die Mitte? Finde ich. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, morgen erstmal mit einem steifenden Hals aufwachen. Ach, das Heu ist weit. Das ist super. Es kratzt doch voll, oder? Vielleicht hole ich noch eine Decke dazu. Ja. Jetzt holen wir mal noch hier. Die schöne Decke. Ich finde es mega nice hier, ehrlich gesagt. Ich dachte, du wolltest noch eine Unterlegdecke holen. Hast du keine gefunden? Ja, die hole ich jetzt gleich noch. Okay. Das habe ich ja schon hier vorbereitet. Hella, teste mal aus. Wie bequem ist es? Ist es gut? Wirklich eine 10 von 10. Darf ich hier nicht schlafen? Ja, also. Vielleicht tauschen wir die Challenge noch und Hella schlappt hier. Ich hole jetzt mal noch eine Unterlegdecke. Ich finde es so, so bequem, Leute. Wirklich. Ist es jetzt ein Spaß? Nein, ich liebe sowas halt auch. Ich habe früher ganz oft so Heuübernachtungen gemacht und einmal habe ich meinen Geburtstag sogar im Heulager gefeiert. Und es ist so nice einfach irgendwie. Gut, oder? So, die zweite Decke ist da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich bequemer als man denkt. Ich habe echt Hunger. Wir bestellen uns jetzt erstmal ein nices Essen hier, oder? Ja. Das haben wir auch gemacht. Ey, wir haben auch Pizza bestellt. Wirklich? Ja. Hast du unser Video geschaut? Oh, ich habe leider noch keine Zeit dafür gehabt. Was ist los mit dir? Ich schaue es mir noch an. Ja, besser ist. Aber ihr müsst meins auch anschauen. Ja, natürlich. Das ist ein Deal. Julia tut das bestimmt auch in die Infobox für euch. Auf jeden Fall. Ich möchte eine Pizza Santo ohne Schinken. Und du, Hella? Ich möchte eine Pizza Thunfisch, glaube ich. Und Tom nimmt eigentlich immer das gleiche, was er immer nimmt. Der möchte eine Pizza mit Schinken, Rucola und Champignons. Jetzt. Let's call. Hallo Buddy. Hallo Buddy. Hallo. Na du? Buddy. Oh. Er geht einfach. Hallo Numi. Ist doch mein Krüschel Chihuahua. Oh, ist mein Chihuahua. Komm doch her. Oh, ich schaue halt auch schon mit dem Hals. Julia am Husten schon. Ich habe so ein bisschen anergisches Asthma. Ist nicht so ideal, aber Desensibilisierung ist ideal. Und ich meine, wir machen ja heute Hardcore-Desensibilisierung, würde ich sagen. Oder? Einfach sich komplett in den Heuballen reinlegen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber. Wird schon werden. Putze. Er kotzt sie erstmal. Ey Leute, du solltest mal wieder Hände waschen. Hallo. Ist so. Putze. Ich gucke schon wieder. Was machen wir sonst noch so heute Abend, bevor ich schlafen gehe? Ein paar Spiele, würde ich noch sagen. Spiele? Ja. Ich finde, du darfst doch mal Mini-Pferde-Raten machen. Mich würde mal interessieren, welche Namen du alles kennst. Ich glaube, ich kenne eine jetzt mittlerweile. Ja, dann lass das machen, bis die Pizza kommt. Außer die Babys. Die Babys. Ah, die gehören aber dazu. Schauen wir mal. Okay, los geht's. Was ist die Challenge? Derjenige, der verliert. Wenn du sagen wir... Derjenige, der verliert? Drei Joker hast du. Drei Namen darfst du nicht wissen. Okay. Und wenn du sonst alle weißt, zahle ich die Pizza und ansonsten geht die Pizza auf dich. Drei Joker habe ich. Drei Joker hast du. Ich würde sagen, wir legen mal du es, oder? Okay. Let's go. Das ist Coco wahrscheinlich. Stopp. Es ist ein bisschen Fail. Ich habe gerade selber festgestellt. Du musst selber bezahlen. Und ich habe drei Joker und es gibt vier Babys. Aber stopp. Schwierigkeit. Pass auf. Oh Gott. Da stehen ja andere Ponys drin. Ich kaste auch. Oh, oh, oh. Okay, los geht's. Was ist das? Candy. Wow, sie weiß sogar Candy. Eins der neuesten Ponys von Julia. Na toll. Princess. Das ist einfach so witzlos. Das ist wirklich... Bucky. Bucky ist das. Was soll Bucky? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich einfach schlecht. Luffy. Na toll. Sogar da, wo keinen steht. Die Pizza geht auf mich. Fakadi. Schau mal, hier ist auch keins dran. Ich wusste es halt auch so. Pia. Aber da steht Pianista. Ja, Pia ist ihr Spitzhörner. Vanillie. Ja, okay. Ich gebe mich geschlagen. Und... Hier ist keiner, aber... Die drei Folgen. Okay, das nächste Spiel... Studio. Hallo, vielleicht errate ich die auch gar nicht mehr. Okay. Das ist auf jeden Fall Mr. Snow. Wirklich? Okay. Ja. Weiter. War es richtig? Ja, ja. Ja, es war richtig. Hella ist echt gut. Ähm... Ach, ich weiß irgendwie... Nur die Namen vom letzten Jahr gefüllt. Ja. Wie hieß da das schwarze letztes Jahr? Blacky. Black Pearl. Wow. Hella ist echt gut. Hella ist echt gut. Und das hier, wie heißt sie? Das ist Black Pearl. Das Gimli. Ach, Gimli. Nee. Der Sohn von Blacky. Oh mein Gott. Hab ich noch nie gehört. Alter kennt meine Polen nicht. Ich bin enttäuscht. Okay. Zweiter Joker jetzt... Alles Entscheidende. Naja, einen Joker hat sie ja noch. Stimmt. Ja, den muss ich jetzt gleich verwenden. Das ist Sahara. Ach ja, doch. Die kann sie nicht kaufen. Die hübsche Sahara. Naja, okay. Das ging schnell. Pizza geht auf mich. Ich hab nicht gedacht, dass ich einfach Namen schildern in den Boxen habe. Aber vielleicht sollten wir es einfach mit den Meerschweinchen machen. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich kenne keine einzige. Ich bin dafür, wir spielen Verstecken. Ich habe so lange kein Verstecken mehr gespielt. Das ist eine coole Idee. Okay, aber... Nur hier oben drin. Okay. Was sind die Regeln? Wir machen jetzt Shinkai Chong. Und derjenige, der gewonnen hat, der muss als erstes zählen. Okay. Die andere Person suchen. Okay. Und ich gut. Jing, shang, shang. Schere ist in den Brunnen gefallen. Ja, es war gut. Also ich habe gewonnen. Was muss ich jetzt? Jetzt musst du zählen. Jetzt musst du zählen. Und ich verstecke mich als erstes. Okay, das ist super. Ich zähle vor der Tür und du darfst... Ja, aber du musst wirklich deine Augen zumachen. Ich zähle bis 10. Dreh dich um. Wie muss ich mich schnell? Ja, so dass du nichts siehst. Und jetzt laut bis 30 zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Langsamer, das zählt nicht. Und, let's go! Okay. Lumi, such! Lumi, such! Komm! Wo ist die Hände? Such! Komm! Balli! Balli! Mia, komm! Such! Wo ist sie? Schnell! Such! Wo ist sie? 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 Du bist echt eine langsame Sucherin! Schnell! Komm, komm, komm! Ach, muss ich brennen? Ja, das geht ja auf Zeit! Ach so! Danach such Hella! Schnell, schnell! Hunde! Hä? Wo ist sie? Wo ist sie? Balli! Schnell! Wo ist sie? Wo ist sie? Du hast dich erschrocken! Ja! Ich glaub sie halt erschrocken! So einfach die Spielregeln ändern! Warum haben wir Hunde nicht gesucht? Hunde! Die sind damit beschäftigt zu spielen! Was ist los? Okay, ja! Das waren aber trotzdem nur 43 Sekunden! War das jetzt gut oder nicht gut? Keine Ahnung! Okay! Vor allem hab ich meine Jacke extra da hinten hingelegt, damit du auf eine falsche Fährte gelaufen wirst! Oh, super clever, Hella! Jetzt würde ich sagen, verstecke ich mich mal und schauen wir mal! Okay! So, Hella, du darfst jetzt bis 30 Sekunden zählen und Julia darfst dich verstecken! Auf die Plätze, fertig, los! Eins, zwei, drei, vier ... Langsamer zählen ... 6, 7, 8, 8, 9, 10. 30! Und die Zeit läuft! Ob du da bist oder du nicht, ich komme! Ist sie hier? Ist sie hier? Wahrscheinlich ist sie hier so die hinterste. Da ist sie! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oha! Ich habe sie nicht! Ich habe sie nicht! Ich habe sie nicht versteckt! Das habe ich die Hunde verraten! Das war aber wirklich eigentlich gut! Oh, ich habe vergessen die Hunde zu stoppen! Aber das waren nicht mal 30 Sekunden! Wow! Jetzt möchte ich aber auch nochmal! Ich hatte so ein gutes Verstecken! Und wer soll sich verstecken? Wir beide? Ja! Wir beide verstecken uns! Okay, ihr beide versteckt euch! 30! Ich komme! Okay! Und die Zeit läuft! So! Da oben kommt schon ein Hund runter! Das heißt, da wird die erste Luft! Ihr seid echt gute Fährtengeber! Danke! Danke! Okay! Also die erste Person! Hä? Ihr müsst doch... Warum guckst du da so hin? Der guckt glaube ich... Den kann nicht hin! Hier drin! Oh no! Da ist sie! Hallo! Ich habe 57 Sekunden für beide gebraucht! Okay, das ist schon gut! Das ist schon ziemlich schnell! Ja, die Hunde haben euch aber mal wieder verraten! Ja, aber Mia hat mich auf eine falsche Fährte gebracht, weil die die Kaninchen angeguckt hat, dachte ich, ihr seid da! Jetzt schauen wir mal, wo die Pizza bleibt würde ich sagen! So lange machen wir noch eine Abendrunde im Stall und kontrollieren jetzt nochmal alle Pferdchen! Was kontrollierst du denn? Ob alle genug Futter haben, ob alle fit sind, alle stehen, alle fressen und ob alles passt auf jeden Fall! Nochmal alle anschauen, nochmal allen Gute Nacht sagen! Oh, das hört sich schon ganz gut an! Der Weihnachtsmann kommt! Ich glaube... Pizza Service! Pizza Service! Pizza Service! Oh Mutti, vielen Fragen! Die beste Mutti liebt uns Pizza! Da muss aber gutes Trinkgeld geben! Besser geht's nicht, oder? Das ist echt, ja! Geil, oh! Verspeisen wir mal die Pizza! Ja, wir schlafen bei der Mini-Stahl, siehst du das? Ein Bett im Heufeld! Ja, wir haben jetzt Stau-Allergie oder Heu-Allergie! Ich habe Masken für euch! Mutti hat Masken! Na ja, jetzt schauen wir mal! Jetzt verspeisen wir mal! Also vielen lieben Dank! Dankeschön! Danke! So! Ist das meine? Nee, aber ich schneide gerade deine! Ah, danke! Oh je! Ein fett im Kornfeld, das macht doch Spaß! Besser für mich als ihr sitzt! Oh, du erstichst meinen Hund! Oh Gott! Das hatte ich nicht vor! Das hatte ich nicht vor! Er kommt ja auf die Pizza! Luni wird gegrillt! Oh je, Luni! Luni kommt auf die Pizza! Sausage! Oh nein! Das wollen wir nicht! Das ist schön warm, ehrlich gesagt! Das ist echt warm, ja! Einen guten! Geil! Ja, danke für die Pizza, dass du die bezahlst! Nein! Oh Gott! Manni! Nein! Gerne! Er möchte auch gerne ein Stück Pizza! Hier haben wir noch ein kleiner Schnellvorlauf, was natürlich immer dazu gehört, ist noch Fotos machen und ich hatte noch eine Tüte dabei mit Getränken und Besteck. Die haben wir dann natürlich erstmal ausgepackt und ja, dann ging es auch los mit dem Essen und Tom hat erstmal noch ein bisschen gefilmt. Das ist schön! Er ist noch das! Wie ist das noch? Das hat Blut gehabt, ja? Aber meinst du nicht mehr? Ja! Der Mann? Und das auf den Beinen! Äh, der Blut, die abgessen! Achso, dann nenne ich das! Ja! Aber meinst du nicht mehr? Und nach der Pizza haben wir dann aufgeräumt. Tom hat ein bisschen länger gegessen als Hella und ich. Wir haben dann noch Fotos gemacht. Boah, bitte Taschentücher! Hast du welche direkt eingepackt? Das ist schlau! Natürlich, drei Packungen habe ich mitgenommen. Mal schauen! Aber jetzt vorher auf jeden Fall mal die erste Packung. Das ist erschrecklich. Schlimmer ist es. Ich esse eine Pizza gerade. Das schmeckt! Du wolltest eigentlich sagen, das sieht gut im Video aus, wie du dir die Nase putzt. Das wollen alle sehen. Das wollen alle sehen. Ich muss sagen, es ist echt richtig warm hier. Auf jeden Fall im Stall. Jetzt gibt es noch die Nachspeise. Ich habe ihr vorgesorgt. Es gibt Chips. Nice! Und Popcorn. Und jede Menge Taschentücher. Das ist auch die Nachspeise. Geil, oder? Mega nice! Damit es perfekt ist, habe ich meinen Laptop mitgebracht. Und es gibt noch ein bisschen Netflix. Geil! Nett, oder? Mal schauen wir den Film. Du darfst dir das aussuchen. Für einen Fair-Film? Zu Klischee. Hellas YouTube-Videos. Hast die Idee. Oder das Video, wo sie eine Nacht im Stall übernachtet, dann kannst du noch ein paar Sachen abschauen. Eigentlich müssen wir das anschauen. Würdest du uns bitte den Laptop reichen? Bitte. Bitte. Wir sitzen gerade so gemütlich. Was sagst du Luni? Luni möchte das auch. Okay. Für Luni. Für Luni. Für Luni. Luni. Der einzige Film, der kostenfrei auf YouTube war. Also ich habe eigentlich Netflix, aber das funktioniert hier leider nicht. Komm, 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 Mia, hier, komm, ja fein, Mia ist so artig, komm zu mir, fein. Luni ist einfach ein süßes Hühnchen, die ist vor allen Dingen so klein, die kennst du nicht. Ein süßes Hühnchen? Hühnchen, Luni bisschen Hühnchen. Ich glaube, ich kann nicht mehr so lange auf den Bäumen, ja, weil die Lupe hat, ich bin nicht hier fest. Tom hat auch mitgeschaut und hat parallel noch einige Fotos von uns gemacht, richtig, richtig cool und ja, der Film war echt witzig, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, echt schon schlecht mit diesem ganzen. Ja, ich kann auch gar nicht mehr. Die Küche ist halt auch gleich leer. Wir essen halt einfach die ganze Zeit weiter, obwohl es schon schlecht ist. Das ist halt auch geil. Aber der Film ist eigentlich echt witzig. Nein, der ist komplett langweilig und ich gehe jetzt auch schlafen. Also, er ist an manchen Stellen langweilig, aber ich finde, jetzt ist er ja relativ spannend geworden. Ja, wir schauen auf jeden Fall noch fertig, würde ich sagen. Ja. Ganz ehrlich, ich tue meine Schilder so hart, wie wir die ganze Zeit auch offen sind. Mir traut liegen das vor allem. Geht nicht anders. Na ja, euch auf jeden Fall noch viel Spaß, eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen früh in aller Frische. Wir bleiben hier auf jeden Fall, aber es geht noch. Meine Lunge macht echt ein bisschen Probleme. Also, meine Nase geht voll, muss ich sagen. Wir haben auch die Stahltür offen, das heißt, es kommt frische Luft rein, das geht. Aber meine Lunge... Ist die eigentlich immer noch so kalt? Ne, mir ist echt eigentlich warm, aber die Jacke ist einfach angenehm. So, wir sind noch hier. Tom ist schon weg. Es ist immer noch ganz gewöhnlich. Luni ist auch hier. Und er hat versprochen, ich kriege so eine Lackenmassage. Das habe ich gar nicht versprochen. Und das hast du mir einfach ausgedacht. Nein, nein, nein. Und... Ja, also ich wäre bereit. Nein! Doch, sie ist nämlich die ganze Zeit... Au! Sie ist die ganze Zeit auf meiner Schulter gelegt. Und jetzt finde ich, habe ich eine Schulternackenmassage verdient. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist aber ein bisschen Schmerz. Aber es ist hier so blöd, weil ich habe kein Kissen. Wo ich mich sonst annehmen könnte. Okay, warte, warte. Hanna kriegt jetzt das Kissen hier. Schau mal. Hier. Weil ich habe hier. Du kriegst jetzt das Kissen. So. Besser. 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 Aber jetzt liegt sie trotzdem noch auf meine Schulter. Tom hat vergessen, einfach das Licht auszumachen. Jetzt ist hier noch Licht und keiner von uns will einfach aufstehen. Du machst das? Auch kurz vor dem Ende. Wir machen jetzt Ching Chang Chang, wer das macht. Okay nochmal? Ching Chang Chang. Abdeckung. Du musst es ausmachen. Jetzt muss ich nicht das Licht ausmachen. Okay, Luni auf. Viel Spaß. Oh Gott. Komm, meine Atmung ist ein bisschen schlecht. Oh Gott. Wir müssen aber fast die Stahltür zu machen. Sonst ist es zu kalt. Aber ich glaube, ohne geöffnete Stahltür. Oh Gott, die liegt hier auch so süß. Ohne Stahltür wird es mir, glaube ich, auch zu kalt ist. Oh mein Gott, wie viel Popcorn. Schlafen alle drei Hunde bei uns und Mia. Du liegst aber auf dem kalten Boden. Ich glaube, Mia bringt es dann noch ins Haus, ne Mia? Naja, jetzt mache ich mal das Licht aus. Ich wollte dann kurz das Licht ausmachen, habe dann noch eine Runde im Stall gemacht. Und schaut mal, Luni hat unser ganzes Popcorn gefressen. Luni möchte schon gehen. Aber ich schaue vorher nochmal ganz kurz nach den ganzen Pferden. Nochmal ein Ründchen. Coco hat noch gut Essen. Candy hat kein Essen mehr. Candy, Prinzess, haben kein Essie mehr. Bucky hat übertrieben viel Essen. Aber gut, wir füttern hier auch unterschiedlich. Weil manche einfach auch viel zu dicklich sind. So, es gibt nochmal ein bisschen Heu. Oh Gott. Erstmal hier hinfallen. Gott sei Dank hast du hier noch ein bisschen Heu drin. Sonst müssten wir unser ganzes Bettlager wegmachen. Aber sie hat doch noch hier richtig viel. Bucky darf fressen, was sie will. Weil die hat ja auch nichts zu tun. So, Licht aus. Wir lassen uns nur ein kleines Lichtlein. Ein kleines Lichtlein. Das können wir nachher hier in der Nähe ausmachen. Aber ein bisschen hell brauchen wir es noch. Oder sollen wir es ganz dunkel schon machen? Ne, ich würde es noch nicht ganz dunkel machen. Nur, dass wir unsere kompletten Winterjacken eingefangen haben. Sonst wäre es echt zu kalt. Küschelig! So schön hier. Es ist aber echt bequem. Nur meine Lunge macht ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Aber naja. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal an meine Nase. Wie es geht. Geht besser. Wir haben halt noch keine Zähne geputzt. Einmal. Nehmt euch aber kein Vorbild da rein. Nein, bitte nicht. Das ist nicht gut. Nicht gut. Immer Zähne putzen. Man erkennt richtig viel. Warte, ich leuchte. Oh Gott. Nur jetzt mit Handytaschenlampe. Es ist nicht so ideal. Mein Zustand hat sich nicht ganz so gut verbessert. Mal schauen, wie sich das wird. Aber es ist nicht so ideal. Sie niest und hustet die ganze Zeit. Oh mein Gott. Es ist nicht gut. Wir sind noch gar nicht so lange hier. Ich kann so halt auch nicht schlafen, weil du die ganze Zeit husten musst. Meine Augen. Deine Nase putzen musst. Ja, schlecht. Also eine halbe Stunde später. Und mir geht es echt gar nicht so gut. Ich glaube, wir gehen jetzt lieber ins Haus. Ich kann das hier halt auch nicht aushalten, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Weil du die ganze Zeit hustet. Ich raste aus. Wir gehen vielleicht echt lieber ins Haus. Ja, lass diese Challenge hier lieber. Bevor ich noch krepiere. Challenge not accepted. Challenge not accepted. Aber wirklich sonst. Julia hält das ja nicht aus. Ich dachte auch schon, was ist das für eine idealste Idee? Mitten dich ins Haus zu legen. Ja. Ist wirklich nicht gut. Oh mein Gott. Ja. Wunderbar. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Auch wenn die Challenge nicht so ganz beendet wurde. Aber ich glaube, es war trotzdem. Ich glaube, Julia hätte es nicht länger ausgehört. Ich hätte es nicht länger ausgehört. Es ist besser so. Ja. Jetzt schlafen wir im Bett. Ich hoffe, ich kann trotzdem schlafen. In Erinnerung ist ein bisschen am Ende. Es ist keine gute Idee, mit dem Heuerstab angegeben, heute zu schlafen. Merkt euch. Wir sind kein gutes Vorbild. Nee. Nee, lieber lassen. Aber jetzt können wir weg. Oh, wir sind jetzt wieder im Haus. Ich bin so froh. Du siehst heute nicht fertig aus. Ich hab wieder aus der Stroh. Nein, Lars läuft. Oh mein Gott. Tom ist ja jetzt hier. Aber ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte nicht überliebt bis morgen. Okay. Macht es gut, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss. Und gute Besserung an Julia. Oh.